Guten Morgen, gut geschlafen? Das sind wohl die ersten Worte, die ein Deutsch Lernender im Hometuition-Programm von Sprachinstitut Treffpunkt Online hört. Warum? Weil Hometuition bedeutet, dass man nicht nur im Hause des Lehrers lernt, sondern eben auch lebt. Und so beginnt man schon vor und natürlich dann beim Fragestück mit Deutsch. Danach hat man Einzelunterricht und am Nachmittag unternimmt man etwas mit dem Lehrer, mit der Lehrerin. Geht aus, geht spazieren, zu Veranstaltungen und besucht ihre Freunde. Am Ende des Tages dann heißt es ziemlich oft, schlaf gut und träum schön auf Deutsch. Dieses Programm können Sie eine Woche oder länger buchen und dabei auch unterschiedliche Schwerpunkte legen. Deutsch für den Beruf, Prüfungsvorbereitung, aber auch Genusskurse wie Deutsch plus Wein oder Deutsch plus Bier und sogar auch Deutsch plus Mountainbike. Details zu den Programmen gibt es auf der Website, aber natürlich auch von mir am Telefon oder auf Zoom. Melden Sie sich, denn ein intensiveres und effizienteres Programm zum Deutsch lernen gibt es nicht. Ab dann, wenn man schaut, mal wie geschaut und unterschiedlich�� Thatsases du auch. Das ist für dich, oder? Nichtschuldige, darf ich nicht? Das ist für dich ыт, aber ich 메�? das Wach Imag time ist bei mir gemacht.